Morgen. Schaut mal, ich habe heute gekrümelt und an jedem normalen Tag würde ich die Krümel einfach auf dem Boden lassen, bis meine Frau kommt und sie mit dem Staubsauger wegsaugt, weil heute ihr Tag ist zum Saubermachen. Gut, eigentlich ist jeder Tag ihr Tag zum Saubermachen, aber heute, heute ist Valentinstag und da dachte ich mir, ich mache ihr eine kleine Freude. Dachte mir, ich forme aus dem Krümel ein kleines Herz, damit sie sich freut, aber da sind nicht genug Krümel. Jetzt tue ich noch ein bisschen Schokomüsli dazu. So, na komm. So, Liebste, kleines Herz für dich heute. Happy Valentine's Day.